Das sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die Schittie duschen. Oh, meine Fresse, die anderen wollen aber nicht mit mir reden, kapierst du das nicht, alte Pommes-Tante? Meine Güte, ja. So was zum Melden hier? Na, natürlich nicht. So. Hau ich jetzt ein Mist, den du haben willst? Natürlich immer noch nicht, ist klar. Speichern. Speichern, Mann. Klicken. Klick. Speichern, weiter geht's. Zack, zack, zack. Tadam. Tadadadam, tadadam. Tadadadam, tadadam. Tadadadam, tadadadam. Wir können Shift drücken. Wir können Shift drücken. Wir können auch nach hinten gehen. Oh, pardon. Kurz aufstoßen. Bisschen trockenen Hals heute, aber es geht noch, es geht noch. Jo. Hey du, Alter. Verkaufst du was Gutes? Äh, bis jetzt nicht. Bis jetzt verkaufst du nichts Gutes, Alter. Aaaaah. So. Ähm, gucken wir mal unser Questlog. Findet zwei von sechs Kindern. Ja. 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 Findet zwei. Think about. Think about. Think about. How's about? Spiel about? How's about? Also, keine Ahnung. How's about, sweet about? Ach, okay. Das weiß ich, Mann. Ja, aber ich hab'n Ticket. Ooooooh. Ja, ich hab'n Ticket. Bist du gut oder bist du Freund oder Feind? Hä? Was machst du? Wieso quackst du nicht ein, Mann? Was ist hier mit Händen to you? Mein Kostüm ist so krass für dich. Aha, mein Kostüm ist so... Ich hau dir klar aufs Maul, Mann. So, komm ich da rein? Bestimmt später aus. Okay, dann gehen wir erstmal in die Höhle des Löwen. Oh, hier ist offen. Hier ist offen. Hoh, Ninjas. Ninjas. Da gibt's Ninjas. Wir sind ja weg. Gibt's Ninjas. Ah, dann gehen wir noch nicht in die Höhle des Löwen. Gucken wir's mal hier oben lang. Oh, das ist nett. Oh, Gott. Im Himmel, Mann. Oh, guck. Die Kämpfe werden langsam echt nervig. Langsam macht die Kämpfe keinen Spaß mehr. Irgendwie. Und so weiter hat nämlich wieder den Hopper da mit rein. Dann kacka viel. Gibt's nur noch Damage. Theoretisch könnten wir das auch machen. Wir könnten eigentlich voll auf Damage gehen. Wir brauchen ja nicht... Gar kein Heal, so ne Kacke. Ich bräuchte wirklich gar kein Heal. Wir benutzen es ja eh kaum. Wir hauen ja die ganze Zeit nur drauf hier, Beklopter. Gut, die machen jetzt ein bisschen dolle Schaden, aber es geht. Wir machen doch mal einen Kampf ohne Heal. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen würden. Ich glaube, ich nehme den Roboter rein. Ja, ich glaube, ich nehme den Roboter rein. Weil der echt so zur Zeit so... Also mit den Raketen, die dann so... Seine Missles, die da ankommen, macht der schon gut Schaden oder kann schon gut Schaden machen. An einer gezielten Person. Der Flammentype, die Flammenpuppe hier, macht natürlich auch richtig Schaden, aber... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Lasst uns mal kurz mal wechseln. Und zwar... Der soll mal den Roboter bekommen. So. Halt, wir müssen ja noch... Wo war denn das? Wo war denn das, Mann? Ach, hier Battle Stamps. So, was hat denn der da? Der hat Rest in Peace. Das bringt... Quase HP ab. Scare Ability, Poison Effect. Will tap apriot Damage Over Time Effect? Quase Power. Okay, wir machen mal. Der soll mal Damage Over Time machen. Das ist immer gut. Damage Over Time, also... Schönen Dot Effect drauf. Kaum machen, warum nicht? Let's get the Split, hey! Du hast mich gefunden. Du hast mich gefunden. Wie krieg ich denn da... Wie kommt man denn da hinten hin? Hat hier so viel versteckter Scheiß, den man auch nicht finden kann? Wenn man gar nicht, was man hinkommt. Hm. Können wir gucken uns erstmal hier weiter um. Geht das hinten vielleicht irgendwo lang? Nee, auch nicht. Hm. Das finde ich jetzt aber nicht witzig. Das finde ich nicht witzig. Ich habe noch nicht gelacht. Ich finde das nicht gut, dieser Witz. Dieser Witz. Äh. Kämpfen wir auch nochmal und testen gleich mal unsere neue Fähigkeit aus. Hallo, siehst du das Aure ist. Oh yeah, danke. Das ist doch meine Idee. Ich habe meine Idee geklaut. Ich habe meine Idee geklaut. So, okay, ich liebe noch ein paar. Fähigkeiten rum. Aber irgendwo müssen doch noch diese kleinen versteckten... Kack, Kind oder? Mann! Ihr bist ein verstecktes Kackkind. Ja, ich habe Lichtschwerte. Ich will es jetzt mal kommen. Natürlich nicht. Bleib doch da. Ist mir doch egal. Mir doch egal, bleib doch da. Siehst du aus. Fight. Jo. Kann ich gleich mal testen. Was will ich jetzt ausrichten? Grenadier. Magnus erstmal. Erstmal Magnus, weil der... Durch sein... Ähm... Feuerschaden... In der Zeit ist es ziemlich für ein Ass. Zack! Oh yeah. Vergiftung, meine Damen und Herren. Vergiftung. Hat der heilt den echt jetzt? Boah, schifft er auf. Boah! Er verstärkt sich jetzt. Natürlich. Natürlich macht er das. Warum macht er das nicht? Ein Grenadier. Zack, 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 zack. Passen wir ihm jetzt nochmal eine Portion Energie. Und jetzt tot. Jetzt kommt natürlich der Medic von denen. Und der Medic kann natürlich auch richtig durch. Ich hoffe, so weiß ich, der Grenadier. So. Erstmal auf den... Granadiert... Oh, auf den Granadiert hat mein Leben. Und der kleine Medic kriegt ja nebenbei Schaden. Zack! So. Von mir auch nochmal. Missiles! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho gleich mit explodiert dieser explodiert ich finde es geht so relativ einfach und viel 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 schneller weil die hat beide jetzt einen schönen flächenschaden machen da geht es noch höher ach du kacke ach du kacke er versteckt sich bestimmt auch versteckt auch schon vor uns oder nicht wo ich da auch mal hier der pappel wird hey something say about der pappel da bloß wieder schuld dass ich nicht kommen darf auch der böse babelow danke come back and shop zu lernen dass noch was ausgeben gehen unsere tasche ist bald voll irgendwie muss ich doch an diese da hat noch ein kleines kind ja man du hast mich gefindet so ich kann ja 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 kommt die candy man so dann geben wir mal diese treppe nach oben schauen wir uns hier oben mal weiter um eine kiste da drin ist ja ja um darren willi gott was soll ich jetzt machen wir uns einmal hoch so die tübe lassen mich ich hab mich vorbei wo die quatschner babelow der delg so juli experience man zu hand oder erwähnt und die türen floren auch gott ja ja und monster seo patch view gott Oh, meine Fresse, was wir noch von Missionen haben hier. Oh, Mann, 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 Mann! Lass mich nach oben. Oh, Klops. Derrick, 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 bleib mal hoch hier, komm ich nach hoch. So, wie komm ich da hinten zu der Kiste? So hundertprozentig nach, wo die Schienen da irgendwie laufen. So, irgendwie über die Schienen laufen. Wo müssen wir jetzt hin?